Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh für die, die ich noch nicht begrüßt hab sind schon welche da? trudeln langsam ein inshallah ok, man hat mir hier drei Becher hingestellt das ist wahrscheinlich für die Dopingprobe nach dem Vortrag inshallah Alhamdulillah heute sind wir, wie gesagt für die, die es noch nicht wissen, von denen hier sitzen heute sind wir wo? Hannover Alhamdulillah wo Hochdeutsch gesprochen wird wo man direkt primitiv ist wenn man ein Wort im Dialekt spricht aber interessiert mich nicht, rede so wie ich Bock habe Alhamdulillah, wie geht's euch? alles ok, Alhamdulillah wie alt seid ihr eigentlich? Durchschnittsalter ist ziemlich jung hier heute, oder? Du bist der Älteste sieht man das gleiche selbstverständlich, was hast du denn gedacht? wie alt bist du, Fuda? 44 44 das ist gut gehalten aber die anderen sind ja alle hier ich habe wer, 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 wer wer kommt danach? du, wie alt bist du, Bruder? ja, du 30 30 die anderen sind wahrscheinlich wer ist noch über 30? ja, du ok 43 43 wer ist noch, wer ist noch, wer ist noch, wer ist noch über 30? du bist über 30? ja, wie alt bist du? 30 aber die restlichen, aber die restlichen alle unter 30 wer ist unter 20? wie viel unter 20, Marshala? wahnsinn ok auf jeden Fall liebe Geschwister ich habe eine Frage an euch und das ist vielleicht auch gut für die, die jung sind um sich damit zu beschäftigen auch wenn sie jung sind was ist das eurer Meinung nach das Problem oder das größte Problem was wir in der Umma haben? und ihr könnt natürlich auch eure Antworten schreiben was ist das größte Problem was wir in der Umma haben eurer Meinung nach? hier gibt es kein richtig oder falsch sondern hier gibt es einfach nur Meinungen jeder hat seine Meinung es gibt keine richtige ich fange mit dir an das ist kein Zusammenhalt kein Zusammenhalt ok sehr gut was denkt ok gut nehmen wir das was sagst du? kein Miteinander jeder denkt an sich selber das ist eigentlich das selber kein Miteinander jeder denkt an sich selber ok dass wir diese feste Bindung zum Koran verworren feste Bindung zum Koran also du meinst die Leute beschäftigen sich zu wenig mit dem Koran ok ich denke das ok zu viel Fitna was für Fitna also ein Traum Partys also du meinst das ist das größte Problem was wir haben ok in Deutschland vielleicht Bruder ich sag dir ganz ehrlich sehe ich etwas anders weil ich sag dir auch warum also ist deine Meinung das ist doch nicht falsch nicht dass du es falsch verstehst sondern ich sag immer also zu viel Fitna wurde gerade gesagt weil die Leute nehmen sich sowas schneller als Ausrede die Fitna zwingt dich nicht zur Sünde ich sag das ganz klar wir haben es sehr häufig so du bist der Kapitän von deinem eigenen Schiff es gibt viel Fitna ist ganz klar aber wo sind wir heute wo sind die anderen heute daneben ist die Spieler du bist nicht da drin keiner hat dich gezwungen da hin zu gehen warum sage ich das weil viele Brüder und Schwestern nehmen sich das zu sehr als Ausrede ja ich kann nicht es ist ja schwer nee natürlich kannst du kannst und umso mehr umso härter es ist umso besser deswegen ehrlich gesagt für mich ich sage das immer wieder weil ich kriege oft diese Fragen ja es ist so viel und wie kann man und so Leute man kann ich hatte letztens eine Diskussion darüber gehabt da war einer richtig bissig gewesen wegen Spielsucht ich habe zu ihnen gesagt du musst einfach aufhören zu spielen ja wie das geht natürlich geht das es gibt genügend Leute warum nennen wir das überhaupt Sucht du musst nicht spielen guck mal das ist schon das falsche Bewusstsein es hat dich keiner gezwungen Geld in den Automaten reinzuwerfen wenn du dir sagst du musst dich fragen will ich das oder will ich das nicht dann nimmst du dir ein paar Freunde und rufst sie an ich muss dich in die Spielhalle gehen bei meiner Freundin in die Spielhalle gehen ich habe das eben schon erwähnt guck mal Umfeld Fitna Abu Zahal Rifari Abu Zahal Rifari der hat den Islam angenommen und der Cheikh Abu Zahk hat übrigens gesagt das ist der Sahabi der eine ähnliche Persönlichkeit hat wie ich ja als ich privat bei ihm zu Hause gewesen bin ja weil ich habe ihm Abu Zahal Rifari gesagt und dann hat er gesagt ah das ist deine deine Schechseya sagt er auf jeden Fall Abu Zahal Rifari hat den Islam angenommen und er konnte es nicht aussagen er musste musste den Islam rausposaunen der ist zur Kaaba gegangen hat sich vor die Kaaba gestellt hat gesagt La ila illallah muhammad rasullah kamen die ganzen Quraysh die Muschrikun haben den zusammengeschlagen alle auf ihn drauf nächsten Tag ist er wieder zur Kaaba hat sich nochmal hingestellt La ila illallah muhammad rasullah das hat er zwei oder dreimal gemacht dann hat der Prophet ihm gesagt geh zu deinem Stamm ruf die zum Islam und wenn du von mir hörst dann komm zu mir Abu Zahal Rifari ist zu seinem Stamm Al Rifari gegangen das waren Räuber Banditen der ganze Stamm waren Räuber und Banditen wie mein Stamm ja so ist er zu diesem Stamm gegangen wir sind keine Räuber und Banditen aber so und dann hat er die eingeladen zum Islam was passiert ist der ganze Stamm hat den Islam angenommen der ist nicht dahin dann hat er gesagt ja das Umfeld ist schwer wir haben hier das ist kein Angriff gegen dich nicht dass du das falsch verstehst verstehst du ich rede von dem Bewusstsein der ist nicht dahin ja ich bin alleine und da gab es bestimmt auch Fitna Fitna gab es immer es gab ja immer Frauen und Männer es gab damals auch Prostitution die haben sogar Tawaf Naktum di Kaaba gemacht so das heißt auf der arabischen halben Insel wird es auch Fitna gegeben haben so das heißt aber was hat er gemacht er hat sich auf das Ziel konzentriert umso mehr wir über die Fitna reden umso mehr konzentrieren wir uns auf die Fitna und umso mehr fallen wir in die Fitna rein es ist wirklich so wir sollten gar nicht über Fitna reden wir sollten darüber reden was wir Gutes tun können das ist wie ein Rennfahrer ein Rennfahrer wenn er von der Bahn abkommt was sagen wir ihm er soll nicht dahin gucken wo er Angst hat hinten zu landen hoffentlich lande ich nicht gegen die Wand dann landet er gegen die Wand sondern er soll auf die Fahrbahn zurückgucken und genauso ist das bei uns gerade die Brüder die den ganzen Tag zusammen boah Fitna Fitna die fallen auch in die Fitna rein weil die den ganzen Tag sich nur auf Fitna konzentrieren die sind sich völlig irre am Machen ist doch klar wenn du nur an Fitna denkst dann hast du auch nur Fitna vor deinem Kopf logischerweise aber wie gesagt danke für deinen Beitrag wenn ich das falsch verstehe auf wie vor Abu Zal-Refari als der Prophet an den Erdiener kam kam die auf einmal die Sahaba eine riesenmenge kommt auf Medina zu riesenmenge und die wollen schon die Schwerter nehmen wir haben gesagt werden angegriffen amalte der Prophet Kun Abadar sei Abu Zal dann kam Abu Zal mit seinem ganzen Stand und hat durch das sein Stand und Rifat den Islam angeguckt hat und der Nachbarstand den Islam angenommen der war allein der kam nach Mekka die haben ihm gesagt hör bloß nicht zu was der Prophet sagt wie die Medien heute die sagen auch hör bloß nicht diese Radikalen sagen dann hören die sich das an sind doch noch neugierig dann ändern die ihre Meinung was meinst du wie viele wir jeden Tag erleben in Instagram in Facebook oder was auch immer die ihre Meinung ändern die irgendwie da hingekommen sind hier Abdelmelech ist das beste Beispiel der hat sich der hat sich die Vorträge angeguckt hat er hat mich gehasst und hat er sich weiter damit beschäftigt und so ist er zum Islam gekommen das auf jeden Fall dazu Tufeli Amrodosi ist dann zu seinem Stamm gegangen hat den Propheten einmal getroffen Islam angenommen und der war so neu der hat sich der hat Angst gehabt der hat erstmal Baumwolle in die Ohren reingetan damit damit man ihn nicht mitbekommt Baumwolle in die Ohren ja der wollte nicht zuhören was der Prophet sagt wir waren so neugierig aber mal zuhören hat er den Islam angenommen in der ersten Sitzung mit dem Prophet ist zu seinem Stamm zurück kamen 70 oder 80 Häuser von Dost den Islam angenommen unregend das Haus von Abu Hurra der der größte der größte der größte der größte überlieferer vom Hadith ok anderes Beispiel was was denken Sie ist das größte Problem gibt es noch irgendwas bitte oder Faulheit also jeder jeder will dass es besser wird oder keiner macht es besser Faulheit Faulheit das heißt jeder will dass es besser wird aber keiner macht es besser ok gut sehr gut ja bitte dass wir die Fehler immer bei anderen suchen also bei den Amerikanern bei den Juden bei dem keine Ahnung was Marsha du hörst meine Vorträge ne also dass wir die Fehler immer auf andere schieben ok gut weiter du wolltest was sagen vielleicht Einschüchterung Einschüchterung das muss ich einschüchterung ok guck mal was wir jetzt alles haben all das was wir haben Fehler bei anderen suchen Fitness ist auch Fehler bei anderen suchen es gibt Fitness nicht dass du mich falsch verstehst es ist kein Einwurf gegen dich ja einschüchtern lassen Faulheit kein Veratmungsbewusstsein keine Fähigkeit haben sich zu vereinigen was ist das alles das sind alles Sachen die einen Ursprung haben was ist das alles das ist alles hat alles was mit dem Charakter zu tun wir haben das äußerliche Bild Khaliq Khaliq ist der Schöpfer Khal ist die Schöpfung die äußerliche Schöpfung Khaliq ist das innere Bild so wie die äußere Schöpfung sowohl angeboren ist als auch erworben ist zum Beispiel wenn ich zu viel esse nehme ich zu wenn ich ins Fitnessstudio gehe kriege ich Muckis das heißt wenn ich nichts mehr esse werde ich so dürr das heißt dein äußeres Bild lässt dich durch lässt dich beeinflussen ist aber auch angeboren du kannst dich alles daran ändern aber man kann ein guter Mensch werden theoretisch so das innere Bild auch wird auch anerzogen und hier ist das Problem das heißt wir haben Charaktereigenschaften die vorhanden sind die alle eng miteinander verbunden sind weil du hast eben zum Beispiel gesagt ja Vereinigung wir sind nicht vereinigt ja dann hat einer gesagt ist alles einem egal keine Verantwortung okay warum nicht warum vereinigen wir uns nicht warum warum ist das nicht möglich habe ich einen Vortrag darüber gemacht die vier Krankheiten die des Herzens die die da war zu stören könnt ihr euch angucken ich kann euch sagen warum warum man sich nicht vereinigt es sind diese vier Krankheiten hört sie euch gut an Machtgier beziehungsweise Herrschsucht Neid Feigheit du hast gerade gesagt einschüchterlass und Dummheit das sind die vier Krankheiten die dafür sorgen dass wir uns nicht vereinen können ne ich will mich lieber nicht vereinen weil wenn ich mich vereine dann bin ich ja nicht mehr der Chef das könnte mein Status Quo könnte hinterfragt werden was ist wenn ich mein Land jetzt sage ich rufe alle Länder zur Vereinigung auf dann werde ich ja gefragt was hast du für das eine Land da hinten getan am anderen Ende der Welt was hast du dafür getan das heißt mein Status Quo wird hinterfragt ich hab nicht mehr diese Macht so Neid Neid zerstört so viel in der Oma es ist der helle Wahnsinn Bruder ich war in der Nationalmannschaft vom Boxen gewesen weißt du was es da für Neid gab in der Nationalmannschaft vom Boxen gab es Neid ohne Ende ist doch klar du willst doch der Beste sein also du willst doch besser sein als der andere was denn sonst aber ich hab nirgendwo so viel Neid gesehen bin der damals nirgendwo oder warum weil beim Boxen du kannst etwas messen kann ich ja du hast gewonnen die Labaner vielleicht ja der hat durch Betrug gewonnen der hat nur Glück gehabt im Endeffekt zehn die Zahlen egal ob einer erzählt Mail oder der hat nur Glück gehabt und so willst du zehnfacher Weltmeister hat eine Milliarde verdient mit dem Boxen was willst du erzählen die Zahlen sind da hier bei uns bei uns die Zahlen interessieren gar nicht du sagst ja wie viele haben bei ihm in den Islam ja aber wie viele sind da durch vom Islam weggekommen achso klar das kannst du aber schon beweisen versteht ihr was ich meine es ist weil es ist einfach Neid es ist und der Schaitan braucht das doch was heißt denn Neid was heißt Neid Neid heißt es gibt zwei Arten von Neid eigentlich drei Arten aber die dritte Art versteht man eigentlich nicht als Neid zum Beispiel ich sehe bei jemandem etwas Gutes ich möchte das auch gerne haben aber mir ist egal aber ich möchte nicht dass er seine Sache verliert das ist bei uns in unserem das ist eigentlich kein Neid sondern ich möchte gerne auch so gut sein wie er kein Problem aber ich gönne ihm das dass er das so gut kann das ist eigentlich kein Problem aber es gibt zwei Arten von Neid eine Art von Neid ist der hat etwas was ich nicht habe Intelligenz Macht Geld Schlauheit Wissen Abschluss und ich verabscheue dass er das gehabt hat dass er das hat ich will ich will dass er das verliert und ich möchte dass ich das habe das ist die eine Art die andere Art ist ich verabscheue dass er das gehabt hat und ich möchte dass er das verliert und mir ist das egal ob ich das habe oder nicht das ist ich wünsche mir das gar nicht für mich das ist ein noch schlimmerer Art sagt mir Razzelli das ist ein noch schlimmerer Art so wie kannst du das mit der Dauer kannst du das leicht machen du redest dir einfach fiktiv ein wenn einer Geld hat Bill Gates du kannst ja nicht sagen er hat das Geld nicht du kannst vielleicht sagen er hat das Geld durch unehrliche Sachen erworben aber in der Dauer kannst du dügeln ohne Hände du kannst die Fakten verdrehen und das ist das große Problem überhaupt was wir haben merkt euch das fürs Leben wir haben viele junge Leute hier in dem Moment wo du jemanden vor dir hast der die Fakten die auf dem Tisch liegen nicht akzeptiert die offensichtlichen Fakten kannst du die Diskussion finden es ist vorbei das heißt wenn wir uns nicht einig sind über die Fakten die auf dem Tisch liegen zum Beispiel wenn wir uns nicht darüber einig sind ja dass in Syrien vor der Revolution weniger Leute gestorben sind als nach der Revolution das sind Fakten die auf dem Tisch liegen wenn wir darüber streiten können wir die Diskussion aufhören dann haben wir dann versuchen wir uns irgendetwas zurecht zu biegen und das ist eine Sache die ich auch schon mehrmals erwähnt habe merkt euch eins Ungerechtigkeit und Lüge sind zwei Gefährten die meist immer miteinander gehen und sich niemals trennen Ungerechtigkeit und Unehrlichkeit denn derjenige der ungerecht ist ist meistens erstmal unehrlich zu sich selber er redet sich selber ein dass das was er macht eigentlich richtig ist das ist in der Ehe so das ist in der Schule so das ist in der Dawa so das ist überall so deswegen es gibt einen großen Nein es gibt die Feigheit Ängstlichkeit die da ist und das ist eine unmängliche Charaktereigenschaft der Prophet Al-Israel hat Allah er hat also Zuflucht bei Allah gesucht für Erdjubben für Feigheit das ist eine eine niederträchtige Charaktereigenschaft man muss Mut erzogen werden aber was ist Mut eigentlich was ist Mut ist es Mut wenn ich mich traue warte mal ich mache das kein Problem ich habe die Frage nur in den Raum gestellt ist Mut wenn ich mich traue zur Schlägerei zu gehen und einem in die Fresse rein zu hauen irgendein Opfer ist das Mut bei manchen zählen das als Mut okay die Fakt ist aber die Leute die dort hingehen die suchen sich meistens irgendwelche Opfer aus und mit der Polizei Probleme zu kriegen ist für den gar kein Problem weil der ist ja sogar stolz weil seine Anerkennung geht ja in seinem Freundeskreis sogar hoch und er geht eigentlich nicht mit aus Mut sondern er geht mit aus Angst weil er hat mehr Angst vor dem Tadel seiner Freundin dass er nicht mitgemacht hat als davor Probleme mit der Polizei zu bekommen das heißt es ist kein richtiger Mut Mut ist zu einem Prinzip zu stehen dahinter zu stehen kostet es was es wolle für das Prinzip das ist Mut Mut ist egal ob das im Kampf ist wenn du kämpfst kämpfst du für ein Prinzip das ist Mut Mut ist nicht irgendwie dem in die Schnauze oder hier die Sau rauszulassen wo du es sowieso machen kannst das ist wahrer Mut ist das mein Prinzip ist das das wofür ich stehe ist das ein Hak und das Prinzip ist ein Hak die Wahrheit die Gerechtigkeit das ist Mut für die Gerechtigkeit da zu stehen aber soll ich noch was sagen die meisten Muslime extrem feige was das angeht extrem feige zwischen Amokläufer und Blockhüttenbauer Blockhüttenbauer im Wald es ist so aber warum sind wir hier wir sind nicht hier um zu tadeln wir sind hier um die Situation zu verbessern denn jetzt kommt die Frage woher kommt das das Problem was wir gerade gesagt haben weil wir haben erst guck mal so müssen wir die Sachen angehen wir müssen die Probleme analysieren von der Wurzel ihr habt alle etwas genannt jeder sieht etwas anderes wenn wir hier aus der Fenster rausschauen jeder sieht etwas anderes so du siehst was du siehst was du siehst was wir fassen das zusammen wir sehen ganz klar alles geht auf den Charakter zurück auf das innere Bild des Menschen ok wo wird das innere Bild des Menschen gegründet wo wird das am meisten beeinflusst wisst ihr was im Kindesalter das heißt wir haben hier ein Problem in der Erziehung im Kindesalter und ich gebe euch jetzt mal paar Beispiele wie ich überhaupt auf diese ganze Sache gekommen bin ihr müsst wissen ich bin seit 2002 eigentlich mit der Dauer unterwegs seit 2002 denn 2002 habe ich jemanden kennengelernt mit dem ich seit Sommer 2002 schon unterwegs war in der Dauer dann 2004 bin ich nach Mekka 2006 zurück 2005 haben wir die ersten CDs 2004 habe ich schon die ersten Hör-CDs gebrannt mit dem Bruder 2005 die ersten CDs damals für die wahre die wurden verteilt ich bin seit Jahren unterwegs ich war in verschiedenen islamischen Ländern ich habe vieles beobachtet so ich gebe euch ein Beispiel einige Beispiele als ich in Saudi-Arabien war und habe dort studiert habe ich in Mekka immer mir einen Blog dabei gehabt und habe auf dem Blog aufgeschrieben wenn ich irgendein Wort gesehen habe weil ich konnte ja am Anfang kein Arabisch also ich konnte ein bisschen weil ich schon in Deutschland angefangen habe zu lernen und habe mir dann die Wörter aufgeschrieben aha was heißt das jetzt ich wollte jetzt irgendjemandem etwas sagen aber ich wüsste nicht wie ich es sagen soll und habe es nachher im Wörterbuch nachgeschrieben wisst ihr was mit die ersten Wörter waren die ich mir gemerkt habe aus der damaligen Zeile drei Wörter erstens Ananiya Egoismus heißt das zweitens Rücksicht Il-Tifat ihren Akharim das heißt dass man Rücksicht auf andere nimmt drittens warum nicht wegen den Saum wegen allen in Mekka bist du das ist der zentralste islamische Ort da kommen Leute aus allen Ländern und das ist das was ich dort gemerkt habe dass so viele Leute nur an sich denken keine Rücksicht auf andere nehmen und kein Verantwortungsbewusstsein haben es werden Leute platt gefahren es wird keine Rücksicht genommen es werden Leute umgerannt wenn es um Essenverteilung geht und so das ist alles oberflächlich ich weiß ich könnte noch so viel da erzählen was da passiert das ist ja beispielsweise bei der Hatsch mein erster Hatsch war ich in einem Zelt nicht mit den Europäern weil ansonsten wenn wir aus Europa reisen sind wir meistens in einem europäischen Zelten ich sage es euch einfach das ist die Realität wir müssen die Realität unverschönert müssen wir der Realität ins Auge schauen nach einem Tag das sind wir so plumpstlos in Minna ja das heißt das sind alles so Türen dann ist da ein Klo in der Mitte eine Dusche etwas um ein Kleid aufzuhängen und einen Schlauch mit Wasser um die sauber zu machen nach einem Tag alle Klo ist kaputt alles Schrott es ist eigentlich schwerer die Gans zu erhalten als die kaputt zu machen es ist alles kaputt warum ich und nach mir die Sintflut im Studentenwohnheim komme ich einmal in die Toilette rein die war sowieso immer versaut ohne Ende ist das unhäufig auf der Klo Studenten Islamstudenten Haare einer rasiert sich die Haare alles voll was ist da los einmal war ein Feuer dort gewesen ein Feuer wir reden über Verantwortungsbewusstsein über Sachen selber in die Hand nehmen da war ein Feuer im Studentenwohnheim es hat gebrannt ich gehe zum Studentenwohnheim alle möglichen Leute kommen raus die haben ihre Sachen gepackt Feuer Feuer na 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 Feuer Feuer okay alles klar ich gehe hoch in die Etage da sitzen alle alles nahe und das Feuer um. Oh, Feuer, 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 Feuer. Alles im Feuer am Schrein. Ich komm da hin, sehe das Feuer, guck, guck, Feuer, ich geh da hin, mit einem amerikanischen Freund, pssst, Feuer aus. Oder weil wir das gelernt haben hier. Oder das, was wir gelernt haben, Verantwortung übernehmen. Geh nicht nur da rum, um rauszukommen, selber rauszukommen, mit deinen Klamotten. Das ist eine Sache, die man hier in Deutschland von Kindheit an lernt. Vom Kindheit an lernt man das. Ist halt nochmal so. Das fängt im Kindergarten an, du hast deinen platziert, du hast deinen platziert, du hast deinen platziert, du hast deinen platziert. Ich sage euch das aus folgenden Grund, Leute. Nicht alles, nicht alles ist Schrott. Wir haben, Alhamdulillah, viele Möglichkeiten. Wir haben im Hallshallah viele Möglichkeiten. Viele fangen an, alles schwarz zu machen. Anderes Beispiel. Ägypten. Weil du hast eben was gesagt. Ich war in Ägypten auch zwei Jahre gewesen. Zwei Jahre. Und Ägypten und Mekka waren übrigens, damit sich das alles so negativ anhört, das waren die schönsten Zeiten in meinem Leben. Sogar Ägypten schöner als Mekka, weil in Ägypten hatte ich meine Familie dabei, in Mekka musste ich immer meine Frau und meinen Sohn vermissen. Aber in Ägypten hatte ich meine Familie dabei, ich musste mir keine Sorgen machen. Die gingen zur Schule und die Herzlichkeit der Menschen war super. Absolute Weltklasse. Herzlichkeit der Menschen, die Liebe, die ich dort erfahren habe, bin ich nirgendwo so erlebt, wie in Ägypten. Aber, schauen wir uns die Situation an. Ich bin da hingekommen 2011, als Mubarak gestürzt ist. Jetzt war auf einmal, nach der Rebellion, gab es die ersten Parlamentswahlen dort. Und dann sitzen wir im Auto, sitze ich im Auto mit jemandem, mit einem Taxifahrer, und der Taxifahrer ist am Motzen. Wie schlimm es alles ist. Oh, die Ikhwan. Ihr müsst euch vorstellen, waren gerade die Wahlen gewesen zur Parlamentszeit, da gab es noch gar nichts. Das heißt, die konnten noch nichts verändern. Es gab keinen Präsidenten. Mohamed Mohs, die kannte noch gar keinen. Es gab noch nicht mal Kandidatinnen für die Präsidentschaftswahl zu dem Zeitpunkt. Das war ganz früh. Da erzählte er, Ja, hier, guck, alles kaputt, die Hohar Muslime, dies und das. Was sollen die denn verändern? Ich bin noch ein paar Monate vorher auch schon da gewesen, aber genau so gewesen. Okay. Jetzt, okay. Da habe ich zu ihm gesagt, Bruder, ich habe eine Frage an dich. Hast du die Rebellion gegen Mubarak unterstützt? Da hätte ich gesagt, der ist Mubarak-Anhänger. Klar. Was dagegen ist, ist logisch. Dann sagt er, Hey, what the man? Ja, klar, natürlich. Ich habe schon unterstützt. Okay, erst dann. Frage. Was war dein Ziel bei der Rebellion? Was war dein Ziel? Wolltest du einfach durch die Straße in Steine werfen? Was war dein Ziel? Da sagt er, der muss erst mal so nachdenken. Der weiß gar nicht, was das Ziel gewesen ist. So, der, äh, Musawah. Musawah heißt Gleichberechtigung. Musawah? Gleichberechtigung? Wer hat das Taxi über Musawah? Was, 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 was meinst du mit Gleichberechtigung? Da sagt er, ja, warum verdient der Direktor von der Universität 20.000 Diener im Monat und da der, der, der Mann dort, der die Straße fegt, der verdient nur 800 im Monat. Das wäre im Gleichberechtigung. Wir müssen alle gleiche Geld bekommen. Ich sage, der hat es nur einen Land nennen, wo das funktioniert. Ich komme aus Deutschland. Hast du gedacht, der Arzt, der verdient genauso viel, wie der, äh, der studiert hat, der eine Arbeit macht, die nicht jeder kann, der verdient genauso viel, wie der den Klo putzt, der eine Arbeit macht, die jeder machen kann, der nicht in der Schule aufgepasst hat. Was will ich dir damit sagen? Er hat gar keine Vorstellung. Er hat gar nicht das Bewusstsein, dass er etwas beitragen muss, weil er das gar nicht beigebracht bekommen hat. Er denkt, er wartet auf Superman, der ihn die Welt verändert. Und so habe ich dort viele Gespräche geführt. Verantwortungsbewusstsein. Diese ganzen Sachen. Jetzt die Frage. Woher kann das kommen? Woher kann das kommen? Was ist das Problem, was wir hier haben? Und ich sage dir, ich stehe jetzt mal kurz auf. Ich stehe jetzt mal kurz auf. Kannst du das machen? Ich sage euch jetzt mal eine Sache. Was wir in der islamischen Erziehung erreichen müssen, ist folgendes. Wir brauchen ehrliche, gerechte, strebsame, fromme, also fromme, von Taqwa, Saleh, selbstständig denkende Persönlichkeiten. Das ist das, was wir wollen. Wie kriege ich so eine Person hin? Wie erziehe ich einen Menschen zur Ehrlichkeit? Wie erziehe ich einen Menschen zur Ehrlichkeit? Es fängt im Kindesalter an, indem ich Ehrlichkeit belohne. Es hat etwas mit dem Unterbewusstsein zu tun. Wenn du einmal programmiert bist, bist du programmiert. Wisst ihr, warum viele Leute wütet werden in jeder kleinen Situation? Weil sie von Kindheit an ihren Vater gesehen haben oder ihre Mutter, wie sie wütend geworden sind und dadurch Erfolg hatten, weil sie andere damit einschüchtern konnten. Und das speichert sich im Unterbewusstsein so, dass es eine eigene Charaktereigenschaft braucht. Hier, Ehrlichkeit. Wisst ihr, was ich immer sehe? die größten Lügner, pass auf, fragen wir die Frage ehrlich, pass auf, du gehst zu einem Autohändler, der eine Autohändler ist Deutsche, der andere Autohändler ist aus irgendeinem Land. Wem, bei wem bist du eher, bei wem hast du, okay, du bist selber Autohändler, bei wem hast du eher Angst, wenn du ein Auto kaufst, dass irgendein Fehler ist? Okay. Hm? So, pass auf. Aber warum ist das so? Warum ist das so? Bruder, ich erlebe Brüder, die gute Brüder sind, die sie auf einmal attackiert werden, in eine Situation bekommen, wo sie Druck kriegen und fangen an zu lügen. Es kommt die Polizei zum Moscheevorstand und sagt, was halten sie von Pia Vogel? Ja, sie haben den doch eingeladen. Ja, wir wussten nicht, wie der, der muss auf einmal lügen. Der ist nicht mehr in der Lage zu sagen, ja, was haben sie dagegen denn? Was gibt es denn? Haben sie einen Beweis dagegen? Das kann er nicht mehr. So. Wie kommt so was? Ich sage euch mal, wie die Unsinn der Schule zur Ehrlichkeit erzogen haben. Wisst ihr wie? Wenn einer zugegeben hat, dass er einen Fehler gemacht hat, wurde er begnadigt. Wenn einer versucht hat, den Lehrer auszutricksen, wurde er richtig bestraft. Schau dir den Propheten an. Schau dir was tut der Taube an. Die Leute, die gelogen haben, die Leute, die gelogen haben, sind die, die von Allah getarnt worden sind. Die drei, die zugegeben haben, was sie für Fehler gemacht haben, die wurden nach, wie viel Tagen? Nach 40 Tagen begnadigt. Die haben einen Fehler gemacht, die haben einen gewaltigen Fehler gemacht, aber die sind begnadigt worden. Aber hier ist es nicht so. Jedes Kind, das zu Hause einen Fehler zu gibt, wird geschlagen. Papa, ich habe das und das gemacht. Pah! Was da? Pah! Das ist ganz gut, du musst durch Ärger bekommen. Was heißt das in Unterbewusstsein? Boah, ich sage besser nichts, damit ich das gemacht habe. Ich habe ja gar keinen Erfolg damit. Und das passiert immer wieder und immer wieder und immer wieder und die Lüge hat erfolgt. Du wirst unehrlich. Wisst ihr, wie gefährlich das ist? Der Prophet Aleyhisselatü sagt, in der Siddhke jahdi lal-birg wa in der birra jahdi lal-jannah wahrlich die Wahrhaftigkeit führt zur Güte und wahrlich die Güte führt zum Paradies wa in der Kadib jahdi lal-fujur wa in der fujur jahdi ilana und wahrlich die Lüge führt zur Sittenlosigkeit und die Sittenlosigkeit führt ins Feuer. Ich setze mich jetzt wieder hin. Ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Deswegen sage ich, wenn du willst, dass dein Kind ein Esel wird, dann behandle es wie einen Esel. Wie behandle du einen Esel? Wie wird ein Esel erzogen? Ein Esel, der wird nicht richtig erzogen, der wird mit Schmerzen gelenkt. Du schlägst ihn von dieser Seite und geht in diese Seite. Hier, guck. Paff. Okay? Das heißt, der Esel geht genau in die Richtung, in die entgegengesetzte Richtung vom Schmerz. Wenn du dein Kind so erziehst, immer nur mit Schmerz, wird es am Ende eine Persönlichkeit sein, die nicht den Verstand einsetzt und das macht, was richtig ist, sondern die genau dorthin läuft, wo sie dem Schmerz entkommt. Und was ist das dann? Eine feige Persönlichkeit, die nicht dazu bereit ist, Mut zu haben, für seine Prinzipien einzustehen. Das ist das. Wenn du immer nur mit Schmerz... das bürgert sich ein, das ist etwas, was er nicht gelernt hat. Ich bin in Saudi-Arabien. Da kommt ein ägyptischer Vater mit seinem Sohn und lässt ihn eine alte Frau, die relativ schwer ist, einen Berg hochschieben. Und was macht der Sohn? Der ist acht, neun Jahre alt oder so. Warum sagt der nicht? Papa, das ist zu schwer für mich, weil er nicht gelernt hat. Der hat nur gelernt, wenn ihm was nicht gefällt, zu schreien. Deswegen gehen die Leute auf die Straße und schreien einfach. Die schreien irgendwas, aber die haben keinen Plan, wie sie danach irgendwas machen, wie die Leute, die in manchen Ländern auf die Straße gegangen sind. Okay, alles klar, wir wollen eine Veränderung. Schritt eins, Schritt zwei, Schritt drei, Schritt vier. Wie willst du die Veränderung herbeiführen? Keine Ahnung. Ich schreie einfach mal und vielleicht gibt es irgendeinen, der sollte mir umhelfen. Weil ich habe selber keine Ahnung, wie es passiert. Hilfe, Hilfe, die tun mir weh, aua, 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 ich will mehr Geld haben. Du kannst ihn auf die Fahne, auf die Fahne draufschreiben, ich möchte viel Geld ohne Arbeit. Oder ich bin gegen alles. Weil ich gegen alles ist. Weil das ist ein Mensch, der ist mit Schmerzen entzogen worden, der ist nicht entzogen worden. Ich muss das tun, was richtig ist. Der ist mit einem Esel erzogen, weil er ist der Esel geworden. Trotzdem von der einen Seite, deswegen sagen die auch, wir brauchen in den arabischen Ländern Diktatoren, ansonsten funktioniert nichts. Und sonst geht es bergab. Du brauchst einen Diktator. Das ist manchmal, was Leute sagen, habt ihr bestimmt schon gehört, diesen Spruch. Aber wir müssen hier anfangen, Leute zu erziehen, die selbstständig denken. Ich muss das Bewusstsein haben, wenn ich mich in der Reihe anstelle, geht es mir doch besser. Das ist doch für meinen Nutzen. Was haben sie uns immer erzählt? Denke an die anderen. Was würdest du machen, wenn du in der Situation bist? Was würdest du dir wünschen, wenn dir jemand das wünscht? Das ist genau das, was der Prophet gesagt hat. Keiner von euch dort, er ein bisschen für seinen Bruder, nicht das liebt, was er für sich selber liebt. Das ist der Punkt. Das ist ihr Ziel. Anderes Beispiel. Ich bin im Flugzeug nach Somalia. Da ist eine Mutter, das Kind fängt an zu schreien. Was macht die Mutter? Hört doch auf zu schreien, du machst die anderen laut, und es geht nicht. Was hast du denn? Die Mutter macht so. Pah! Du musst hören, weil du sonst eine Fresse kriegst. Das ist die Botschaft davon. Das ist der Schmerz. Ich bin in Katta am Flughafen. Katta am Flughafen. Eine Mutter hat zwei Söhne, eine Tochter. Die Tochter ist am Schreien, die älteren Söhne, die ein bisschen größer sind, die müssen hinter sich herziehen. Da wird nicht so eine Tochter gesagt. Guck mal, du musst jetzt gehen. Wir verpassen uns im Flug. Keine Kommunikation. Und das geht in die Ehen, das geht überall hin. Die ganzen Ehen, die geschieden werden in die islamischen Ehehäuser, keine Kommunikation. Das ist das Problem. Keine Kommunikation. Keiner kann dem anderen sagen, so und so, warum braucht er nicht? Hat er nicht gelernt. Der hat nur gelernt, Schmerzen auszuführen. So, der Mann wird Schmerzen ausüben gegen seine Frau. Die Frau macht dann ihre eigene Attacke, indem sie dann irgendwelche Zählen spielt oder irgendwelche Heulkrämpfe kriegt und ihn damit psychisch unter Druck setzt. Es geht alles um Schmerzen. Kommunikation null. Hat er nicht gelernt. Wir sind in einer Katastrophe. Das ist die Ursache des Problems. So. Du ziehst das Kind hinter sich her, das ist am Schreiner. Nichts gesagt. Nichts erklärt, nichts gemacht. Okay. Jetzt die Frage, was sollen wir machen? Was ist die Alternative zur Schmerzmethode? Zur Schmerzmethode, die einen zum Esel erzieht. Was ist die Alternative? Die Alternative ist, das, was der Prophet gemacht hat, und was die Propheten gemacht haben. Was uns Allah im Koran lehrt. Was lehrt uns Allah im Koran? Entschuldigung, ich muss ganz kurz trinken, weil ich habe eben, wie du gesagt hast, schon zwei Vorträge gemacht. Auf jeden Fall. Allah sagt im Koran. Über Luqman. Oh, mein Sohn, geselle Allah niemandem bei. Warum? Weil das richtig ist, dass man ihm niemandem beigesellt, oder weil ich dir sonst Schläge gebe. Oder warum? Wahrlich, der Schirk ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Das erklärt es ihm. Er erklärt ihm, dass er das nicht machen darf, weil es falsch ist. Das heißt, was ist das Mittel hier? Das Mittel ist den Verstand, bei einem kleinen Kind schon anzusprechen. Du sollst das nicht machen. Das ist falsch. Das ist schlecht. Anderes Beispiel. Ibrahim Aleyhisselam. Oh, mein Sohn, ich sehe im Traum, dass ich schlachten soll. So, sage mir deine Meinung dazu. Was ist deine Meinung dazu? Das heißt, Ibrahim spricht mit seinem Sohn wie auf einer Ebene. Er spricht seinen Verstand an und will seine Meinung hören. Obwohl es ein Befehl von Allah eigentlich ist. Aber er will seine Meinung hören. Was hat Ibrahim Aleyhisselam? Er sagt, natürlich, bei einem Befehl von Allah brauchen wir keine Meinung. Aber es geht hier um die Situation, um die Lehre, die wir da ausziehen. Oh, mein Vater, mach, was dir befohlen wurde, du wirst dich, Inshallah, zu den Standhaften sehen. Du wirst mich Inshallah zu den Standhaften sehen. Was sagt das? Was sagt Ismail, der hat es mit seinem Kopf verstanden gehabt, als er noch ein kleiner Junge gewesen ist. Der Prophet Aleyhisselam, was berichtet Anna Siebenbelge über ihn? Dass er nie eine Frau geschlagen hat, nie einen Maag geschlagen hat, nie einen Sklaven geschlagen hat, seine Kinder nicht geschlagen hat. Das war sein Charakter. Das war er. Das ist doch unser Vorbild. Warum spielen wir uns dann auf wie Schaitan zu Hause? Wie bei der französischen Revolution, wie bei dem 30-jährigen Krieg, wo Leute gefoltert werden, Leute, was ich zu Ohren bekomme. Frauen werden zu Hause misshandelt, mit Kabeln. Kinder werden mit Kabelbindern zusammengeschlagen. Ach, wir sind im Irre ausgelandet. Und von Leuten, die Wissen haben, dann sagst du denen, das ist falsch, die Marokkanischen Kinder sind anders, mit denen muss man so umgehen. Hast du eine Macke? Blitze blaubändige Scheiß, Misshandlung ist das. Haram. Haram. Und das habe ich eben erzählt, das sagt der Bruder, er war in Marokko kurze Zeit gewesen, sein Kind ist dort zur Schule gegangen, sein Kind ist dort zur Schule gegangen, und er war total schockiert, wie da Kinder geschlagen wurden. Und dann ist er zur Schulleitung, hat mit dem geredet, da haben die gesagt, die marokkanischen Kinder sind anders, mit denen müssen wir uns umgehen. Ja klar, weil du die Schuhe wahrscheinlich in dem Alter schon zum Esel erzogen hast. Der kann nur noch, wenn du in die Fresse reinhauen hast, weil du hast ja nie mit ihm geredet, du musst als Kleid schon mit ihm geredet. Ich mag nicht, dass das der Thema falsch versteht, ja. Das ist eine Katastrophe, ist das. Das ist eine Katastrophe. Leute, der Prophet bei der Schlacht von Bedar hat er die Reihen gerade gemacht mit einem Pfeil. Und dann hat er einem Sahabi weh getan. Der Sahabi hat also einen Ausdruck gemacht von Schmerzen, hat der Prophet seinen Bauch frei gemacht und hat gesagt, revanchiere dich bei mir. Was ist die Botschaft hier vom Propheten für diese Oma, nicht für den Mann uns? Die Geschichte ist zu uns gekommen. Die Botschaft ist, Gerechtigkeit steht vor der Verschiebung. Ich habe nicht das Recht, dir wehzutun, wenn ich der Prophet bin. Wenn das für den Propheten gilt, wie ist es erst für einen Vater, wie ist es erst für einen Ehemann, wie ist es erst ich habe nicht das Recht dazu. Meinst du einen Ehemann, der seiner Frau zufällig wehtut? Was meint sie für den Ehemann, das gibt, die ihrer Frau absichtlich wehtun, sich nicht entschuldigen? Die suchen dann die Schuld nachher noch bei der Frau. Was meinst du, wie viele Männer es gibt oder Frauen es gibt, die ihren Kindern wehtun, absichtlich und sich entschuldigen? Der Prophet, alle ist erledigt, hat ihm unabsichtlich wehgetan, hat sich entschuldigt, hat gesagt, revanchiere dich. Wer bist du gegen den Propheten, alle ist erledigt, was erledigt? Nichts. Aber das ist die Lehre. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, dafür ist der Koran herabgesandt worden. Dafür sind die Propheten gesandt worden, für Gerechtigkeit. Gehen über Allah und gehen über der Schöpfung. Wir haben schon die Gesandten mit den Verdeutlichungen geschickt, haben mit ihnen das Buch und die Wahrheit herabgesandt, damit die Menschen mit Gerechtigkeit walten. Deswegen diskutieren, reden, sprechen. Das ist das, was Allah, wie Allah uns Menschen ausgezeichnet hat. Wir haben die Kinder Adams geehrt, ausgezeichnet, mit unserem Verstand. Ein Kind ist kein Esel. Ein Kind ist ein Mensch. Aber wenn du mit einem Handelst, wie ein Esel, der geht nur noch dem Schmerz hinterher. Der geht nicht mehr dem Prinzip hinterher. Der wird dem Prinzip nicht folgen. Das ist in seinem Unterbruch, das ist automatisiert worden. Ein Automatismus ist das geworden. Das ist sowas von gefährlich. Dann kommen Leute mit, dem Hadith. Wenn das Kind sieben Jahre alt ist, soll man uns das Gebet beibringen. Wenn es zehn Jahre ist, soll man es schlagen. Okay, alles klar. Hadith Sahir. Okay, Frage, Sportfreund. Wie viele Sahaba kennst du, die ihr Kind geschlagen haben, weil es nicht gebetet hat? Keins. Kann mir gerne einen Beweis bringen. Ich kenne keinen Einzelnen. Ich habe geguckt. Vielleicht gibt es ja irgendwo bei. 100.000 Aussagen, irgendwo eine Aussage. Beim Propheten definitiv nicht. Der ist unser größtes Vogel. Gibt es nicht. So. Gibt es nicht. Was heißt das? Was heißt das? Hier. Drei Jahre lang. Wenn du drei Jahre lang jemandem erklärst, wird das auch noch drei Jahre kapiert haben. Drei Jahre Zeit. Und für was? Fürs Gebet. Gebet ist die tragende Säule. Das glaubst du nicht irgendeine, du hast eine Tasse fallen gelassen. Du hast die Schuhe nicht ausgezogen. Du hast zu viel Zahnpasta benutzt. Du hast zu viel Salz ins Essen reingetan. Du hast den Becher über meinen Körper. Hier. Es geht um das Gebet. Wie ist es dann erst bei Sachen, die weniger sind als das Gebet? Drei Jahre. Aber wir haben in den drei Jahren das Gebet beigebracht. Mit was? Kommunikation und Vorbild. Das sind die Schlüssel. Kommunikation und Vorbild. Du musst kommunizieren und selber ein Vorbild sein. ein Vorbild. Das ist ein Vorbild.